Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jordan gegen Samy. Unsere beiden Kandidaten treten insgesamt in zwölf Spielen gegeneinander an. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es zwei Punkte und natürlich gibt es im zwölften Spiel zwölf Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt diesen Mercedes G63, den Automobile Essen für unsere Jungs gesponsert hat. 45, 45, fit in like a motorcar, I ain't regular, feel like Jordan wearing 45, traumatized, victimized, seen some of my niggas dive, like you off a base with a bat, when them niggas slide, I'm beside genocide, televised, sympathize, perpetuate and war to the niggas. Spiel Nummer 6. Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 6. Der Samy ist am Start, ich bin am Start. Ne, sexy Balance. Wir haben heute auf jeden Fall wieder richtig Bock. Nichts. Hallöle, ihr Bio-Hasen. Lass ihn einfach, lass ihn einfach, bitte. Durch das Autofahren werden viele Abgase abgelassen und das wollen wir alle nicht. Deswegen tue ich euch und der Umwelt einen riesengroßen Gefallen. Ihr fährt heute mit der Bahn. Warum aber haben wir jetzt sowas in der Hand? Oder frag mich, der meint, das soll die Umweltschützer symbolisieren oder so, ja? 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 Oder frag mich, der von professionellen Volidioten durchgeführt. Bitte macht das nicht so osnach. Und jetzt holt euch eine Croissant und die Genieste de Schuh. Die Bestrafung ist, glaube ich, dass es so kalt ist, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das ansteigt? Freund, ich kriege keine Luft mehr. Freund, ich kriege keine Luft mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich rät doch jetzt sogar Luftblatt! Verdammt! Oh mein Gott! Oh ja, die Schultern passen nicht! Oh! Oh! Da fehlt aber... Nein! 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 Das fliegt immer her! Das ist immer der Dach! Oh! Oh! Mama! Woher die Fressen? Hilfe! Soll ich die Schrift so leise aufhelfen? Fuck! Fertig! Oh mein Gott! Geh doch rein! Oh mein Gott! Tolersklack! Oh mein Gott! 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 Ich hab' dich geschafft! Ich hab' dich geschafft. Ich hab' dich geschafft! Hey, mach' dich los! Fuck. Ich kann nur fünfmalen Femzeilen. Ja. Fuck. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich bin so krass! So meine Damen und Herren, wir begrüßen den Gewinner und der Gewinner ist Samy... Jackson! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du hast viele Spiele gewonnen, ne? Ich sag mal so, ich hab auf jeden Fall einen Riesen-Riesen-Riesen-Punktzahl-Unterschied aufgebaut, ne? Aber, Freunde, nicht zu viel, Freunde. Ein Spiel kann die ganze Punktzahl verändern. Deswegen dranbleiben. Deswegen dranbleiben, die G-Klasse gehört mir. Ich glaub, sie holen heute sowieso keine Chance. Ey, sei mir ehrlich, kannst du mir von der G-Klasse so einen Auspuff schenken? Hä? Ja. Sollen wir den Verlierer rein, ne? Mach was du willst! Okay, tschau! So, meine Damen und Herren, jetzt einen herzlichen großen Applaus für den Verlierer! Jordan! Almani! Der abbandiert so, als ob du in ein Sprache erkommst, ja? Ja? Du hast trotzdem Hänger? Ja? Ja? Halloren! Halloren! Yeah! Richtig! Ja! Ja! Ich hab's zwar verloren, aber ich hatte kurz... Okay, wir weitermachen, mir ist kalt, ja? Nein, weitermachen werden wir sowieso. Das war eine sehr, sehr schwache Leistung von dir. Sammy ist klar in Führung. Aber wir lassen den Verlierer nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Also mit leeren Händen, ja, aber nach Hause gehen wir sowieso anders. Ich will nur kurz... Darf ich was ins Mikrofon sagen? Freunde... Ich werde mal kurz entsinnt, ja? Ich werde mir nehmen. Ich werde mir nicht mehr ins Mikrofon sagen. Dann rein. Ich werde mir immer noch wissen, was ich da vor kurzem... Ich werde mir immer dänken... Ich werde mir nicht mehr weiter durch. Ich werde mir das sehen, was ich mit ihm vorkommst. Boah, bitte mach diese scheißverknallte Kamera aus, ja? Dann ist es so kalt. Ja, reicht doch!